hallo und herzlich willkommen meine lieben gold und silber freunde zu einem neuen video ich hoffe euch geht es gut im heutigen video reden wir über silber kaufen was für fehler kann ich da machen oder welche irrtümer gibt es und die wollen wir heute zusammen aus dem weg räumen und ich sage euch da einige tipps und tricks damit die fehler vermeiden könnt und am besten in silber investieren könnt der erste irrtum ist silber barren kaufen warum sollte ich nicht silber barren kaufen ganz einfach silber barren werden die ganzen 19 prozent mehrwertsteuer verlangen gold ist eine mehrwertsteuer befreit also da habe ich keine steuer zu zahlen im silberbereich habe ich zwei varianten ich habe einmal die vollen 19 prozent mehrwertsteuer und ich habe eine differenzbesteuerung bei den barren ist es so dass die reinen silber barren eine 19 prozentige mehrwertsteuer bekommen bei münz barren da kommen wir später noch mal drauf die sind differenzbesteuert und bei den münzen haben wir auch eine differenzbesteuerung wenn ich jetzt hier als beispiel eine der bekanntesten münzen der welt in grügerand nehme hier im silberbereich vom jahr 2020 ist es hier dass wir hier als eine ganze unze haben und diese münze ist differenzbesteuert differenzbesteuert heißt dass ich hier nur den steuersatz von 7 prozent zahle in deutschland und nicht die vollen 19 prozent somit kann ich mir bei dem kauf von dieser münze schon einiges sparen aus diesem grund ist es eigentlich sinnvoller anstatt in die barren eher in die münzen zu investieren wenn ich natürlich sage ich möchte das besser stapeln oder möchte einfach größere einheiten kaufen entweder größere münzen oder dann eben die sogenannten münzbarren bei münzbarren ist es so die haben so ein wie so ein münzbild auf dem barren aufgeprägt und da ist es dann eben so dass sie als münze gewertet werden obwohl sie eigentlich ein barren sind aber als münze definiert sind und deswegen sind sie auch differenzbesteuert da einfach darauf schauen auch wenn ihr immer den preis unten sieht da steht immer dabei differenzbesteuert dann wisst ihr das sind diese sieben prozent bei corona war es ja teilweise auch auf fünf prozent da hat man sich wirklich was sparen können und ansonsten steht eben unten die normale gesetzliche mehrwertsteuer dann weiß man das sind die 19 prozent da einfach immer ein bisschen drauf schauen es gibt auch münzen die auf 19 prozent mehrwertsteuer gesetzt wird da halt wirklich darauf schauen es gibt manche shops die bieten silber münzen für sieben prozent an und manche für also differenzbesteuert und manche für einen vollen satz und es sind genau dieselben münzen also da wirklich immer ein bisschen drauf schauen der zweite irrtum eben münzen nicht differenzbesteuert kaufen ich habe es eben vorausschauung gesagt schaut wirklich darauf dass ihr immer diese sieben prozent differenzbesteuerung euch holt ihr könnt euch da gutes geld sparen ihr werdet jetzt in diesen kleinen münzgrößen im silberbereich das noch nicht merken aber sobald ihr einfach mal größere mengen kauft werdet ihr dann eben diese 12 prozent was ihr dann mehr zahlt dann einfach merken und die kann man sich einfach sparen indem man auf münzen setzt das metall bleibt das gleiche bei den münzen habe ich halt den vorteil dass ich halt noch ein schönes münzbild habe was ich anschauen kann und bei den barren die kann ich eben nur stapeln obwohl ich die münzen genauso stapeln kann wenn es wäre dann kommen wir zum dritten irrtum zwischen größen kaufen wir haben jetzt hier eine unze silber es gibt natürlich auch wer sagt ich möchte größere einheiten haben und es sich die ganzen kleinen münzen haben es gibt auch barren bis zu 15 kilo dann habe ich eben einen 15 kilo barren einen starken sage ich mal der dann da liegt den kann ich nur im ganzen verkaufen ich kann ihn natürlich theoretisch zersägen aber das macht dann den barren auch wieder kaputt das heißt wenn ich mal etwas brauche dann müsste ich den ganzen barren verkaufen oder diesen zerstören damit mir sowas nicht passiert gibt es natürlich auch zwischengrößen ich habe hier was schönes für euch dabei wir haben hier eine ein kilo silbermünze von african wildlife serie dem elefanten hier auch einen feingehalt von 999,9 hier aus dem jahr 2021 ich finde es eine sehr sehr schöne münze kommt auch direkt in dieser kapsel vom hersteller was sehr sehr gut ist denn silbermünzen sind ein bisschen anfällig für milchflecken bildung und damit das einfach von vornherein nicht passiert und ich habe jetzt bei diesen münzen noch keine gesehen wo milchflecken milchflecken entstehen das heißt es kann wirklich gut sein man sollte es jetzt einfach in dieser kapsel lassen aber ich finde die passt sehr gut und es ist auch nicht so einfach so große kapseln zu finden dass dann auch wirklich diese eine münze die was wir hier drin haben auch reinpasst also würde ich euch immer raten wenn ihr in silbermünzen investieren wollt kauft euch entweder die ganze unze als größe immer also mindestens die unze und ansonsten wenn ihr sagt ihr möchtet größere sachen dann die kilomünze ihr habt hier auch ein sehr sehr schönes münzbild mit dabei kann sein dass es sogar wertsteigerungen hat wenn es eine bestimmte auflage nur ist da kann man sich dann wirklich wahres geld sparen kommen wir zum dritten irrtum entschuldigung zum vierten irrtum sind wir schon silbermünzen statt münzbarren zu kaufen wie ich schon eben erwähnt habe kann man sich natürlich die münzen kaufen wenn ich aber sage ich möchte größere einheiten haben oder möchte sie einfach mehr stapeln können da sind die münzbarren ideal die sind auch differenzbesteuert ich habe jetzt für euch leider keinen da aber das ist eben diese kleinen ist dieses kleine münzbild aufgeprägt und dann werden die auch differenzbesteuert angeboten das heißt wenn ich sage mir ist es jetzt egal ob ich jetzt hier ein motiv drauf habe oder nicht und ich möchte sie besser stapeln können dann kann ich natürlich auch in die münzbarren investieren ist dann manchmal auch wirklich einfacher denn im silberbereich ist es gut wenn man sich einige münzen einfach zulegt und der rest dann in barren aufstockt im goldbereich schaut es da schon wieder ein bisschen anders aus aber im silberbereich ist es einfach so dass man dann mehr auf das gewicht geht als wie dann auf die münzbilder denn es ist auch so wenn jetzt ich ein schönes münzbild habe wie jetzt hier beim krügerand der sehr anfällig ist für milchflecken und mir entstehen dann milchflecken dann ist die münze auch schon wesentlich weniger wert eventuell sogar dann kaputt und dann bringt es mir auch nichts mehr dass ich dann hier die münze habe dann habe ich vielleicht noch einen schmelzwert was auch nicht so toll ist deswegen ist so ein münzband manchmal gar nicht verkehrt als fünftes irrtum silber kombibaren oder kombicoins kaufen ja diese kombibars die sind immer ganz interessant besonders im goldbereich weil ich da halt einfach so ein gramm immer wegreißen kann im silberbereich würde ich eher davon abraten weil mit einem gramm silber kann ich nicht groß was anfangen ich würde mir mindestens die ganze unze kaufen und da im silberbereich mindestens starten bei der unze drunter würde ich gar nicht gehen denn wenn wirklich mal eine krisenzeit entstehen würde und ich das geld nichts nichts mehr wert und ich muss mit meinen münzen oder so was einkaufen und ich es ist nur eine kleinigkeit und ich will keinen kein gold ausgeben da dafür oder gold ist zu viel dann kann ich eben mit den silber münzen das ganze machen und da ist es so dass ich mit einem gramm silber nirgendwo groß weiterkommen kann ja höchstens dass ich mir dann beim kiosk nennen diese damals waren es immer schlüpfe die man sich geholt hat oder gumibärchen irgendwie sowas was heutzutage nicht mehr so ist und ob das da dann zu dem zeitpunkt sein wird ist fraglich ja deswegen würde ich eben mindestens in die unze investieren die kilo münzen sind auch sehr schön da würde ich dann eher drauf setzen kommen wir zum sechsten irrtum nicht den tubes und boxen kaufen doch sollte man schon denn wenn ich jetzt ganz viele dieser münzen habe dann ist es immer eher schwierig dass ich die dann irgendwann stapeln wenn die alle in diesen kapseln sind denn die kapseln nehmen dann auch irgendwann platz weg die kann ich dem ganzen vorbeugen ich habe euch hier was mitgebracht und zwar eine sogenannte münztube hier haben wir einen münztube vom maple leaf finde ich sehr schöne münzen vor allem für den anlagebereich denn bei maple leaf ist es so dass der hersteller verspricht dass diese münzen nicht anlaufen und keine milchflecken bildung bekommen ich habe jetzt bisher auch bei maple leaf nichts festgestellt hier haben wir jetzt 25 münzen in dieser tube drin die liegen dann quasi so da drinnen und deswegen habe ich jetzt auch die münzhandschuhe an die liegen dann da halt einfach so aufeinander drinnen und sind so auch durch diese tube geschützt auch luftdicht verpackt ich würde sie jetzt nicht immer unbedingt jeden tag aufmachen wenn man sie ab und zu mal aufmacht ist okay aber manche tubes sieht man auch die sind dann so art verplombt das heißt da ist dann wie so ein siegelband drumherum wenn man das behält und nicht bricht kann sogar sein dass dann der händler einem vielleicht beim verkauf wieder noch ein bisschen mehr gibt manche sagen dann das siegel ist gebrochen deswegen gibt es jetzt weniger das wäre dann ärgerlich aber ansonsten sieht es da eigentlich sehr gut aus was ich jetzt für euch mal machen kann ist dass ich die mal aufstelle genau und so sieht das ganze dann halt eben aus dass ich hier dann zum ganzen turm von silber münzen habe wie gesagt ist eine gute sache ich würde auch eher in diese tubes investieren wenn man sagt man möchte mehr so tubes kaufen gibt es dann die sogenannten boxen da ist es dann auch so dass halt viele dieser tubes dann einfach drin sind die sind dann oft immer auch mit so einem bestimmten band versehen damit die halt einfach geschützt sind und da sind halt dann die drin gestapelt diese box kann man dann auch schön irgendwo hinstellen und da sieht man nicht sofort dass dann silber oder gold oder sowas drinnen ist diese tubes halten natürlich auch einiges aus wenn es wäre und besonders eben dieses luftdicht verpacken weil im silberbereich habe ich eben oft dieses problem mit den milchflecken und so kann ich das ganze halt dann vorbeugen als letzten punkt der letzte irrtum kolorierte münzen und sondereditionen kaufen warum sollte man das nicht tun aus dem ganz einfachen grund weil ich hier oft aufpreise zahle ich habe ich jetzt hier mal zwei beispiele mitgebracht fangen wir erstmal hier an so sondereditionen wie zum beispiel 10 euro silber münzen das problem ist hier dass wir hier nicht mal eine reine silber münze haben sondern einen feingart von 925 es ist natürlich wenn jemand sagt er ist ein sammler wir haben jetzt hier 175 jahre deutsche eisenbahn in deutschland ja wenn man wenn es einen interessiert ist es bestimmt eine schöne münze oder was man jemandem schenken kann gilt natürlich in deutschland auch das gesetzliches zahlungsmittel weil wir hier natürlich die 10 euro haben aber von solchen münzen würde ich eher abraten weil man da oft keine wertsteigerungen erfährt und es sich nicht mal um eine reine silber münze handelt im bereich silber würde ich wirklich immer nur im bereich der anlage gehen und nicht in den sammlerbereich da würde ich mich eher bei gold und sammlerbereich konzentrieren aber von solchen münzen würde ich eher abraten auch oft wenn man mit irgendwelchen katalogen angebote sieht ich habe zum beispiel heute im weltbild katalog ein angebot gesehen von acht münzen das ist jeweils 0,5 gramm und die kosten da 750 euro ja obwohl die vom marktwert sage ich mal her 250 bis 300 euro eigentlich kosten ja und da sieht man woher die dann einfach das geld nehmen und wenn man dann so solche münzen dann kauft ärgert man sich dann danach dass man eigentlich für sein geld nicht groß was bekommen hat und sich eigentlich eher im anlagebereich besser aufgehalten hätte weil man dann nicht so viel geld damit verloren hätte also von solchen münzen würde ich eher abraten ähm ich habe euch hier noch eine kolorierte münze mitgebracht die ähm den leopard african wildlife serie wir haben zwar hier eine 999,9er feinheit der ist aus dem jahr 2021 aber ich habe hier zwar eine bestimmte auflage ähm was mal sein kann dass die münze dann eine wertsteigerung erfährt äh bisher habe ich das bei der münze noch nicht festgestellt ähm dieses kolorierte kolorierte ist eben nur aufgedruckt manchmal auf gemalt je nachdem ähm was es ist also das ist jetzt nicht reingeprägt dann ist aber eine reine silbermünze natürlich ähm wenn jemand sagt das ist jetzt ein schönes motiv und ich möchte das mal in farbe sehen kann man das natürlich machen an sich ist es auch schön aber von ähm solchen münzen würde ich dann eher abraten weil man da auch eher einen aufpreis zahlt für solche münzen ja und das das ganze einfach nicht wert ist weil es halt eine reine silbermünze ist sie ist halt nur mit farbe auch der auf die auflage wird dann da nicht groß was rumreißen das waren jetzt meine ähm sieben irrtümer ähm im bereich des äh goldkaufs äh silberkaufs was ihr einfach beachten solltet was ich euch da jetzt erzählt habe silber ist eine gute sache sollte in keinem portfolio fehlen ähm ich schlage immer vor so eine Mischung zwischen äh 10 bis 20 prozent silber und 80 bis 90 prozent gold silber ist äh ein eher industrie metall wird aber industrie sehr benötigt und deswegen wird silber auch irgendwann ähm weiter steigen momentan ist eher ein guter einstieg für silber deswegen seid da schnell und investiert noch ein bisschen in silber rein bis ähm das ganze steigen wird und man wird dann auch mit silber seine gewinne einfahren wenn es soweit ist ähm wie gesagt ich würde zu diesen sachen eher raten und hoffe dass ihr die tipps und tricks dann auch befolgt wenn ihr noch fragen habt schreibt sie einfach in die kommentare ansonsten sage ich euch vielen dank fürs zuschauen gebt mir daumen hoch und wenn ihr noch kein abonnent seid und nichts mehr verpassen wollt dann abonniert den kanal dann könnt ihr alle meine videos nochmal anschauen und könnt euch bestens informieren über das thema edelmetalle und damit ihr bei eurem kauf oder verkauf nichts mehr falsch macht ich sage vielen dank fürs zuschauen und bleibt gesund wir sehen uns im nächsten video macht's gut